Hey Leute, cool, dass ihr wieder dabei seid bei Hartz4ForFuture. Ich habe heute wieder eine Frage für euch und zwar zum Thema Maßnahmen und Eingliederungsvereinbarung während des Sanktionsmoratoriums. Die Frage hat Contra unter das Video, warum Harzer die besseren Liebhaber sind, gepostet. Und zwar war Contra in einer Maßnahme, die einer Arbeitsvermittlung ähnelte, das heißt alle zwei Wochen ein Termin mit Bewerbungen etc. Die Maßnahme endete am 3.8. und jetzt hat er eine Eingliederungsvereinbarung vorliegen, um die Maßnahme zu verlängern. Bis jetzt hat er die Eingliederungsvereinbarung nicht unterschrieben. Contra fragt jetzt mit Bezug auf das Sanktionsmoratorium, ob er diese anstehende Maßnahme überhaupt wahrnehmen muss oder ob er beim nächsten Termin im Jobcenter einfach sagen kann, dass er keinen Bock darauf hat. Ich würde jetzt sagen, dass Contra recht hat, dass er die Maßnahme nicht annehmen muss und dass er beim nächsten Treffen im Jobcenter einfach sagen kann, er hat keinen Bock. Ich würde Contra außerdem empfehlen, die Eingliederungsvereinbarung gemäß Golden Rule Hartz4 Nummer 1 nicht zu unterschreiben. Eingliederungsvereinbarungen sind nie zu unterschreiben, egal ob Sanktionsmoratorium oder nicht. Und im Moment, das heißt ab Inkrafttreten des Sanktionsmoratoriums werden Eingliederungsvereinbarungen sowieso ohne Hinweis auf Rechtsfolgenbelehrung abgeschlossen. Das heißt, die haben im Moment keine rechtliche Verbindlichkeit, aber es ist jetzt schon mal gut zu üben, Nein zu sagen. Und falls Contra die Eingliederungsvereinbarung als Verwaltungsakt zugeschickt bekommen sollte, sollte er Widerspruch gegen diesen Verwaltungsakt einreichen und zwar so lange, bis nichts mehr unter persönliche Verpflichtungen aufgeführt ist. Ich halte es aber für extrem unwahrscheinlich, dass das Jobcenter während des Sanktionsmoratoriums Eingliederungsvereinbarungen als Verwaltungsakt verschickt. Was denkt ihr? Unabhängig von Contras Frage ist es wichtig, eine Sache im Hinterkopf zu behalten. Und zwar kann das Jobcenter Schadenersatzforderungen an einen stellen, wenn man eine Maßnahme beginnt und sie dann abbricht. Das heißt, es ist wichtig, Maßnahmen im Vorfeld abzulehnen und nicht zu beginnen und dann abzubrechen. Außerdem ist es wichtig im Hinterkopf zu haben, dass das Jobcenter theoretisch sechs Monate rückwirkend sanktionieren kann und im Moment noch nicht geklärt ist, ob diese Regel im Anschluss an das Sanktionsmoratorium Anwendung findet. Das heißt, ab dem 01.01.2023 heißt es wieder aufpassen. Aber jetzt noch einmal zurück zu Contras Frage. Denkt ihr auch, dass er keine Probleme bekommt, wenn ihr die Eingliederungsvereinbarung einfach nicht unterschreibt und beim nächsten Treffen beim Jobcenter sagt, dass er keinen Bock auf die Maßnahme hat? Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe. Vielen Dank fürs Zuschauen. Passt gut auf euch auf. Bis bald und tschüss. Bis bald, bis bald ins Bett. Bis bald ins Bett